Drei Kerle, die gerne Autos fahren, ein alter Kerl, der Spagat kann, viele Frauen, die um ihr Wahlrecht kämpfen und ein mittelmäßiger Hollywood-Streifen. Das und mehr gibt es im Dezember. Hier sind unsere Tipps für Amazon Prime Video. Clarkson, Hammond und May sind zurück mit ihrer größenwahnsinnigen Autoshow. Amazon liefert hier unfassbar teuer produziertes Fernsehen, dem es an britischem Humor nicht mangelt. Gepaart wird das Ganze dann mit teuren und schicken Autos, aber auch einigen Schrottkarren und vor allem jeder Menge optischer Extravaganz. Da kann man schon mal feuchte Augen kriegen. Die komödiantisch veranlagte Serie möchte das aktuelle Leben des Stars Jean-Claude Van Damme zeigen, der seine Filmkarriere wieder in Schwung bringen will. Ganz nebenbei hat er auch noch einen Job als Geheimagent. Der Trailer hat bereits ein paar lustige Momente, doch ob sich die Serie mit ihrer Mixtur gut macht und das Ganze mehr als nur ein Lama-Reboot eines alten Actionhelden wird, muss sich zeigen. Entschuldigung, Luis. Das ist eine soziale Struktur. Verteidig für Frauen! Verteidig für Frauen! Verteidig für Frauen! Ein stark besetztes und politisch aufgeladenes Drama bietet euch Syphra Jet, der auf wahren Begebenheiten basierend eine Geschichte des Kampfes um das Frauenwahlrecht in England erzählt. Zwar nur mittelmäßig bewertet, ist der Film dennoch emotional stark aufgeladen und birgt die ein oder andere sehr solide schauspielerische Performance. Wer Spaß am bildenden Kino hat, für den lohnt sich Einblick. We will win. I take my love, take it down. There are, there are on the wall, who is the most powerful of them all. Der zweite der Huntsman-Filme ist zumindest etwas besser als der erste. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass die Story etwas abwechslungsreicher und neuer ist. Es handelt sich um solide produziertes Hollywood-Popcorn-Kino, bei dem ihr euch weder emotional noch intellektuell anstrengen müsst. Der Film gehört in die Kategorie, kann man einmal gucken, reicht dann aber auch. Und hier noch ein paar Tipps im Schnelldurchlauf. Ich weiß nicht, ob wir uns wiederholfen haben. Ja, mir auch. Mein Vater fragt immer. Er hat mich für einen Video gemacht. Ich habe die Redoaks-Members nicht zu verkaufen. Start mit Ihren Lieblings-Memorsen von Redoaks. Honestly, nichts. Es ist hier ich meine future Bride. Ihr Ex-Lady. Staff Kegger war radical. Ich muss mich aufhören. Du bist der Explorer? Ich wünsche mir eine Hand. Ich wünsche mir eine Lost City. Was du suchst, ist viel größer, als du es jemals erwähnt hast. Es ist euer Destinie.